Oh man, ey! Oh man! Aber wo ist die Maske? Es soll hier doch noch irgendeine Maske... Ich bin scheiß drauf. Halali! Wow! In was für einer Traumwelt lande ich denn jetzt? Jo, der ist etwas groß, ne? Achso, stimmt. Es waren zwei. Oh. Oh. Ähm. Stoppt die Zeit oder läuft sie weiter? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war das bei Ihnen? Äh. Äh. Ah! Fuck! Hey, ich will den seinen Schwanz da anvisieren, verflucht noch mal. Wow! Okay, ich hab ihn erwischt. Ah, okay. Okay. Okay, kann ich den jetzt irgendwie angreifen? Was? Jo! Jo, 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 jo! Ich komm schon, ich komm schon! Wieso, 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 wieso berücksicht? Alter, wie lange ist denn das? Heilige Kacke! Was ist das? Wow, ich hab ihn getroffen. Ist gut, oder? Du hast wieder drei neue Augen, die ich abschießen kann? Vielleicht? Ja, nein! Uuuuhuuhu! Was? Das sind Mehaugen, oder? Super! Warte mal, ich muss auch meinen normalen Bogen auch mal wechseln. Okay. Okay. Wo bist du? das ist ein bisschen überall übereifrig gewesen aber das ist beim letzten auge jawoll so warte mal ist das feenschwert in irgendeiner art und weise besser stärkste aller schwerter hört sich vielversprechend an ich damit ja damit kann ich auch eine sprungattacke okay ich hoffe das lag am feenschwert warte mal sieht so aus als würde ich da jetzt oder doch nicht gegen schießen müssen die weg juli ich habe gerade keine zeit nein juli bitte nicht da ist die klopfen na komm her das kriege ich erst nachdem ich ein sohn viel platt habe was soll das was ist was ist was ist was ist was ist Hey, ich bin auch noch da und wir sind da! Sie fettetell. Sie kriegen... Nein. Okay. Was? Daran kann ich mich nicht erinnern, dass Link das so gemacht hat. Okay. Das ist krass. Und wie er läuft, ey. Okay, das gestaltet sich als einfacher, als ich dachte, glaube ich. Ich bin Hank. Nenn mich von nun an Horst. Ja, geil. Setz mich bloß nicht unter Zeitdruck, blödes Spiel. Setz dich auf. Ja, ja, ja. Jetzt kommt das Auge raus und ich kann das Auge verprügeln, oder? Böch. Oder? Oh, nee. Ich muss den Kristallschein herzerkloppen. Was? 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 Wo? Wie? Wieso? Weshalb? Hä? Hä? Was? Ich habe gerade einen Knopf gedrückt. Was ist los? Was? Was passiert hier? Was ist los? Was? 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 Ich kann die Maske nicht nochmal benutzen? Was? Was? Ach, meine MP ist verbraucht. Deswegen. Shit. Das ist ernsthaft, ey. Ich hasse es nicht. Mann, jetzt dreh doch mal die Kamera. Oh Mann, ey. Nun komm schon. Das gibt's doch nicht. Darf ich wegen MP-Cnapp halt das wie ein Candy-Cnapp verlieren oder was? Ganz gut. Immer einen kühlen Kopf. Komm, steh auf. Also der Kampf war früher definitiv einfacher. Hä? Was? Ja, das muss ich jetzt nochmal machen. Oder was willst du mir damit sagen? Spiel. Oh, schön. Steh auf, Lüge, steh auf. Oh, Manson. Marilyn Manson. Dies ist nicht lustig. Meine AP ist Mut, meine Lady nicht. Alter, meine Lady ist echt scheiße gerade. Ich habe ja zum Glück noch eine Fee. Ich habe ja zum Glück noch eine Fee. Nein, aber nicht so. Ich habe ja zum Glück noch eine Fee. 'moten. Ich habe ja dann die Fee. Wie kann man den Fee? Ich habe ja dann die Fee. oh mann ist hardcore hardcore oh mann ist das hardcore ah sehr schön ich hab's getroffen jetzt nun komm steh auf sei bitte platt bitte noch einmal schaffe ich das nicht oh mein gott wie soll ich denn das zeitlich schaffen zumal das fast bisher alles nur glück war mit meinem einen herz wo ich jetzt schon stundenlang mit kämpfe ja komm 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 bei zelda sind es immer drei züge komm schon nein ey ich schlag mich so wacker und dieses spiel bestraft mich am laufenden band ja zum glück habe ich ne feee wobei ich jetzt gerne wüsste na egal nein mein mp nein 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 fuck okay ach Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm schon! Oh mein Gott, oh mein Gott, bitte, die Zeit darf nicht weiterlaufen, die Zeit darf nicht weiterlaufen. Sie darf einfach nicht weiterlaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Und ich kann nicht mal den befreiten Canyon gerade genießen. Oh mein Gott. Aber endlich das letzte Level. Wir haben euch allen geholfen. Mehr können wir nicht tun. Ruf uns. Das haben sie gesagt. Wir verstehen euch, ohne euch mit den Ohren zu hören. Nun helft auch ihr uns. Wir werden euch vom Dach des Urturms rufen. Und dann kommt und verhindert das Schlimmste. Wie? Ihre Stimmen klingt traurig. Ihr wollt nicht? Vergebt unserem Freund. Eurem Freund vergeben? Eurem Freund vergeben? Wem sollen wir vergeben? Was sollen wir vergeben? Okay, jetzt kann ich noch eine Minute, nicht mal eine Minute, mir anschauen, wie schön jetzt der Canyon wieder wird. Möchtet? Möchtet? Amen. Okay, der Canyon ist... Oh mein Gott. Wunderschön. Ist er nicht? Der ist ja immer noch so grabbig wie vorher. Alter. Ähm. Ich bin jetzt mal ein bisschen doof. Ich bringe jetzt erst mein Geld weg. Verzeiht mir bitte. Aber ich habe ja noch eine halbe Stunde. Es ist ja noch genug, um... ...das Geld abzugeben. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Nicht nur, dass wir jetzt überhaupt so knapp fertig geworden sind mit dem Tempel. Wir haben endlich die vier Tempel fertig gemacht. Das heißt, im nächsten Part werde ich mich komplett auf Nebenquests konzentrieren. Damit wir jetzt dann sauber in ein Ende gleiten können. Oh wei. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spannung wie ich. Wie man sieht, war ich etwas nervös. Weil der Endgegnerkampf lief irgendwie komplett anders ab wie beim... wie sonst. Also so komplett anders, dass ich echt ein bisschen an Verzweifeln war. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Und ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Wir haben nun alle Götter befreit. Lasst uns zum Urtum gehen. Dort können wir sie herbeirufen. Erinnert ihr euch noch an das Lied, das uns der Erste der vier Giganten beigebracht hat? Ruf uns, sagte er. Komm schon, lass uns gehen, bevor es zu spät ist. Ich habe den ganzen Tumult jetzt satt. Das wird noch ein bisschen dauern, liebe Taya. Denn wir haben jetzt noch mindestens drei Herzen zu organisieren. Und dann erst können wir uns dem fröhlichen Endbosskampf hingeben. Also Leute, ich sprint nur noch schnell zum Speicherstand und hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Ich bin nicht an dem Herzkasper gestorben. Ich freue mich. Und wir sehen uns ganz einfach im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.